Eine Schar Aufrechter wird um ihn sein. Ihnen wird der dritte Sargon das Licht geben und sie werden der Welt leuchten. Wenn der dritte Sargon gekommen sein wird und die Schlachter wird geschlagen haben, so werden jene seine Schwerter gewesen sein, siegreich gegen vielfache Überzahl. Dann wird er, der Rächer, über den Weltkreis gedonnert sein mit heurigen Streitwagen. Blitze schleudern gegen die Mächte der Finsternis, bis sie restlos vertilgt sind und die Stunde des Lichtes wird heimkehren über die Erden wird. Einsame sind die Kafferen und die Gerechte. Doch mit ihnen ist die Gottheit. Von Norden her wird er kommen. Unvermutet wird er hereinbrechen. Seine Macht wird unbezwingbar sein. Er wird keinen fragen. Er wird alles wissen. Er, der dritte Sargon, wird das Licht geben. Und der Welt reuchten. 2012 Ändert sich alles. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020